Hallo meine Freunde, kurze Info, Weltstätten-RP-Projekt, ja es ist halt so, die Woche kommen keine Folgen, da wir alle momentan ein bisschen private Probleme haben und ja, es kommen quasi am Mittwoch diese Woche die wenigsten Informationen und ich wollte sagen, bleibt dran, haltet weiter ein und ja, Weltstätten-RP-Projekt geht weiter, aber es kommen halt die Woche erstmal keine Videos, weil private Probleme bei uns allen und ja, die anderen Videos gehen auf jeden Fall weiter und die laufen auch, die sind ja schon fertig hochgeladen und fertig gerendert, die warten nur noch drauf, dass sie online kommen und ja, nehmt es mir nicht so übel, aber es ist halt, ja, ihr kennt es ja, private Sachen gehen immer vor und ja, schaltet trotzdem wieder ein und am Mittwoch gibt es dann neue Informationen und wenn es dann wieder soweit ist, Donnerstagabend auf Twitch, der Sally schaltet ein oder schaltet weiter auf YouTube ein, bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!